Die Cosmoballs sind ja schon ultra beliebt bei den Meerloch-Rauchern. Jetzt gibt es die ganzen Modelle nicht nur in diesem braunen Ton, sondern auch noch in einem weißen Ton. Da gibt es allerdings ein paar wichtige Unterschiede und die gucken wir uns heute erstmal an. Der erste Unterschied ist natürlich, wenn du so eine braune Cosmoball hast, dann sieht die immer relativ gleich aus. Aber wenn du so eine wunderschön weiße Cosmoball hast und du dann mal zwei Köpfchen drin rauchst, dann sieht die eben sehr, sehr schnell so aus. Zum Glück erstmal nach den ersten paar Köpfchen nur von innen und außen sieht sie trotzdem immer noch wunderschön weiß aus. Aber wenn da nach und nach mal ein bisschen Tabak drankommt und man die ein paar Mal sauber macht, bin ich mal noch sehr gespannt, wie das Ganze dann in Zukunft auch außen aussehen wird. Bis jetzt nach den ersten paar Köpfchen ist aber nur erstmal innen ein bisschen verformt. Soweit also so gut. Es gibt aber noch ein paar Unterschiede. Und der erste ist der Preis. Und zwar kosten die neuen weißen Cosmoballs jetzt 5 Euro mehr. Das ist natürlich immer noch kein Preis, der irgendwie schrecklich teuer ist. Aber wenn man die vorher für 15 Euro bekommen hat und vielleicht hier und da nochmal 10% Rabatt, dann reden wir halt von einem Unterschied von 13,50 Euro zu 19 Euro. Aber selbst da könnte man sagen, okay, ist es mir auf jeden Fall wert. Es gibt aber noch mehr Unterschiede und die gucken wir uns jetzt beim Kopfbau an. Ich habe da was rausgesucht. Und zwar erstmal, es gibt noch ein neues Design. Meteora. Finde ich auch sehr, sehr schön. Schade, dass es das nicht bei der normalen Cosmoball gibt mit dem braunen Clay. Aber das finde ich auf jeden Fall noch geil. Und gerade bei dem weißen wirkt das natürlich irgendwie direkt wie so eine Mondoberfläche oder so. Es gibt übrigens nicht die Varianten von New in Weiß, die mit dem besonders kleinen und sparsamen Depot. Es gibt nur die normalen Cosmoballs, die man bis jetzt kannte. Das hier ist die normale Türkisch oder den Shot oder eben die anderen Designs von der Türkisch Bull, wie zum Beispiel hier den Meteora. Jetzt ist mir aber eine Sache aufgefallen. Und zwar nimmst du die das erste Mal in die Hand und du merkst eigentlich sofort, irgendwie fehlt da gut Gewicht. Und natürlich, wenn wir jetzt hier mal im Vergleich, das ist zweimal der Shot und der Shot ist tatsächlich auch ein bisschen kleiner geworden. Also da wurde nicht nur ein anderes Material verwendet, sondern auch ein bisschen am Material gespart. Vom Depot her sind die aber sehr, sehr ähnlich und vom Aufbau. Die neue Cosmo Shot wiegt 203 Gramm. Die alte Cosmo Shot, beziehungsweise einfach die dunkle Variante, wiegt 288. Das ist, ich will nicht übertreiben, deswegen untertreibe ich, das ist ein Viertel weniger Masse. Und das ist schon ein krasser Unterschied. Und das merkst du halt auch sofort, wenn du die beiden Köpfe in die Hand nimmst. Und ja, Köpfe saugen sich ein bisschen mit Molasse voll. Aber Digga, niemals macht das 85 Gramm Unterschied aus. Also das ist zu 100 Prozent ein deutlich leichterer Clay, der für die weißen Köpfe benutzt wird. Und ein anderer Clay sorgt auch immer für andere Hitze-Eigenschaften. Und die Hitze-Eigenschaften sind so ziemlich das Wichtigste an dem Kopf, abgesehen vom Depot und der Depotform. Also das ist schon ein kranker Unterschied. Das waren jetzt die zwei Shot im Vergleich. Beim Shot ist der Unterschied besonders krass, aber auch bei der Turkish Bowl ist sie A kleiner geworden. Wenn ich die mal so hier nebeneinander halte und so ungefähr unten angleiche, sehen wir, dass da oben nochmal irgendwas zwischen einem halben Zentimeter und einem Zentimeter oder so fehlt. Und gewichtsmäßig liegt die neue Turkish, die ist jetzt wirklich komplett ungeraucht, bei 245 Gramm und die alte bei 333 Gramm. Also auch hier wurde A wieder Material von der Höhe her gespart und B ist das Material deutlich weniger dicht. Und das sorgt dafür, dass sie so viel leichter ist. Und wenn etwas leichter ist oder weniger Masse hat, heizt sich das schneller auf. Also weniger Masse kannst du ja schneller aufheizen als mehr Masse. Und das heißt, das macht einen Unterschied beim Rauchen, wenn die neue Turkish 245 Gramm wiegt und die alte 333,5 Gramm hat. Am Ende des Tages ist allerdings die Frage, juckt das denn beim Rauchen? Weil das ist ja eigentlich das Wichtige. So ja, hier Masse, Dichte, Farbe, dies, das, alles scheißegal. Aber raucht die sich denn jetzt anders, als das die alten Cosmo Balls getan haben? Weil die sind ja weit geliebt. Also ich glaube, es ist fair to say, in Deutschland ist der meistgeliebte Meerlochkopf die Cosmo. Also Cosmo ist die Nummer 1 Marke für Meerlochköpfe in Deutschland aktuell, würde ich sagen. Und jetzt machen wir uns nochmal den weißen Cosmo Shot an. Da bauen wir jetzt ein Köpfchen und dann rauchen wir den und dann gucken wir es uns mal an. Wie schnell ist der heiß und wie ist die Performance von dem Köpfchen? Und dafür bauen wir uns jetzt auch einfach mal ein Köpfchen. Einmal durchrühren zum Verteilen der Molasse. Dann Tabak ein bisschen zum Rand und dann erstmal locker fluffig reinfallen lassen. Da mache ich so. Dann machen wir rein den Black von Aino. Hier schon in der Prototyp-Variante von dem Aino Strong, der kommen soll. Den bin ich auch fleißig am testen, aber bis jetzt bin ich der Meinung, der ist sowas von ready. Der könnte meiner Meinung nach genau jetzt auf den Markt kommen und das wäre wunderbar. Fein. Ich will noch einen kleinen Schuss von dem Repair F mit dran machen. So und dann haben wir drinnen 17,18,1 Gramm. Das wird jetzt auch ein Noppenkontakt. Ihr könntet also noch ein bisschen weniger Tabak nehmen. Wenn ihr Abstand raucht, kann man glaube ich sagen, in der Shot gehen so ungefähr 15 Gramm. Je nachdem natürlich wie grob, fein, feucht oder trocken euer Tabak ist. Und dann ist unser Köpfchen fertig gebaut. So ganz knapp unter den Rand, ungefähr Rand hoch, knapp drunter habe ich jetzt gebaut. Von der Größe her sind alle wieder perfekt. Also du hast hier eine wunderbare Passform für die HMDs. Das passt absolut gut, egal welche Variante ich hier nehme. Also manchmal ist diese Lippe, guckt so ein kleines bisschen drüber, aber die Löcher sind auf jeden Fall immer über dem Depot. Und das ist das Wichtige, egal welche Kosmo ich hierher nehme. Das passt genauso gut, wie das eben auch bei den alten Kosmos war. Und wenn der On-Mode drauf passt, dann passen natürlich auch alle anderen Kollegen. Wie zum Beispiel ein Nagrani, ein Kalaut oder falls ihr den habt, auch noch den AO912. Die passen da alle gut drauf. Also passt ein HMD, passen ja eigentlich alle. Kohle liegt jetzt seit ein paar Minütchen und wir nehmen mal den ersten Zug und gucken mal, ob da schon was geht. Ich würde fast behaupten, das ist ein Ticken schneller als bei einer normalen Kosmo. Ich habe jetzt auch mit Absicht nicht den On-Mode irgendwie noch vorgeheizt, irgendwie vorgewärmt. Der kam komplett auf Raumtemperatur da drauf. Und es kommt immerhin schon ein bisschen was. Ich rauche die jetzt erstmal weiter an und dann gibt es noch ein Fazit zu den weißen Kosmoballs. Fazit weiße Kosmoballs. Ich habe jetzt quasi den ganzen Kopf geraucht. Der ist jetzt auch schon eine ganze Weile an. Rauch ist mittlerweile so. Also ich könnte ja jetzt auch nochmal an die Kohle gehen und dann gehen da bestimmt noch ein paar Minuten. Meine Erfahrung von den 4-5 Köpfen, die ich bis jetzt mit der weißen geraucht habe. Und das ist noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es wie gesagt eben erst 4-5 Köpfe sind und noch nicht. Ich habe 200 Köpfe damit geraucht und ich kann euch das ultimative Fazit geben. Ich habe das Gefühl, dass sie einen Ticken leichter angehen, also schneller angehen, dass sie die Hitze ein bisschen besser aufnehmen. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Hitzeverhalten ein kleines bisschen anders ist. Ich denke, das ist aber so ein geringer Unterschied, dass die meisten Leute das gar nicht mal so richtig mitkriegen werden. Es ist immer noch eine verdammt gute Cosmo. Wenn es euch ein 5er wert ist, euch einen weißen Kopf zu holen, also ein 5er mehr wert ist, als eine normale Cosmo 15 und die weißen kosten 20. Wenn es euch ein 5er mehr wert ist und ihr da geisteskrank drauf aufpassen wollt, dass das Ding nicht dreckig wird. Weil wenn da mal von außen was drankommt, dann ist wahrscheinlich Walla Krise und das Ding sieht scheiße aus. Also man muss höllisch aufpassen, sie kostet mehr, aber von der Performance bin ich trotzdem sehr zufrieden mit. Ich würde mir einreden, dass die normalen Varianten nochmal 3,8% bessere Performance haben, aber ich rauche jetzt nicht mit einer weißen Cosmo und denke mir, ja die ist shit. Das auf gar keinen Fall. Aber wenn ihr euch eine holt und ihr wollt, dass die schön weiß bleibt, dann müsst ihr wahrscheinlich geisteskrank aufpassen. Aber solange sie schön weiß ist, wunderschönes neues Köpfchen.